Die deutsche Jugendfeuerwehr, herzlichen Glückwunsch zu eurem 50. Geburtstag. Oh Lise, hier brennt es! Mann, oh Mann! Lise, hast du das ganze Papier gesehen, dieses ganze Holz? Das kann brennen. Aber die deutsche Jugendfeuerwehr, die werpte 50. Ach so, na dann, ja, die Jugendfeuerwehr brennt, brennt für Jugendarbeit, brennt für Jugendpolitik, brennt für junge Menschen. Und hat jetzt gerade auch mit vielen jungen Menschen, über 3000, ein fettes Jubiläumszeltlager gemacht. 50 Jahre deutsche Jugendfeuerwehr. Und eben für die deutsche Jugendfeuerwehr, habe ich mir jetzt gedacht, so eine kleine Wunderkerze, wenn es schon mal keinen Kuchen geben kann, heute, so über die Kamera. Das mit dem Kuchen können wir ja noch nachholen, so in Person, wenn wir mit denen feiern. Die feiern ja noch den ganzen Rest des Jahres. Ja, und dazu, vielleicht könnten wir so vorsichtig eine Anziehung haben. Ja, das können wir machen. Also, liebe deutsche Jugendfeuerwehr, 50 Jahre, 50 Jahre Jugendarbeit, 50 Jahre Jugendpolitik, 50 Jahre gesellschaftliches Engagement, das ihr ja einbringt in den DWJR. Vielen herzlichen Dank dafür. Genau, danke, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf noch 50 Jahre. Alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch.